Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier zum ProCycleMatcher 2023, zum letzten großen Projekt dieses ProCycleMatchers, bevor dann im Juni wahrscheinlich, nehme ich mal an, der neu rauskommt. Es geht zur großen Deutschland-Tour. Es hat lang gedauert, ich habe das Ding ja letztes Jahr im Sommer fertig gemacht, relativ kurz nach Release. Und an der Stelle möchte ich ganz besonders meine sehr geschätzte Frau grüßen, die damals noch meine Verlobte war und während der kompletten Vorbereitungszeit für die Hochzeit es mental ausgehalten hat, dass ihr zukünftiger Ehemann jede freie Minute, die wir nicht irgendwie mit Planung, Arbeit oder sonst dem Kram beschäftigt waren, damit verbracht hat, diese komischen Strecken hier zu basteln, diese komischen Etappen zu basteln für eine fiktive Deutschland-Tour. Das habe ich getan und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ich auch gemacht habe und das möchte ich euch gerade mal zeigen, ist eine Karte entworfen, die so ein bisschen dem nachempfunden ist, was man auch immer bei der Tour de France sieht. Hier eine richtig schöne Streckenkarte mit allen Etappen. Ich denke, ich werde euch die auch nochmal ans Ende vom Video reinschnibbeln, damit ihr euch da nochmal in Ruhe anschauen könnt, von wo nach wo wir fahren. Ihr seht, es ist eine Deutschland-Tour, die wirklich durch komplett Deutschland geht. 21 Etappen, wie eine Grand-Tour eben. Wir starten hier in meine Heimat, Hanau, Frankfurt, die Region, gehen dann über Nordhessen Richtung Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, dann geht es oben an die Ostsee, Hamburg, Bremen Richtung Osnabrück, dann der Pott mit Münster, Düsseldorf und Co. Dann geht es über Köln, Kaiserslautern Richtung Süden, Baden-Württemberg, Bayern und dann so langsam über Thüringen nach Sachsen, ehe dann in Berlin das Ziel der Rundfahrt erreicht ist. Und wir gehen einfach mal direkt rein. Ich möchte gar nicht zu viel Zeit verlieren. Wir gehen direkt rein. Ich weiß schon, welches Team ich nehme, glaube ich. Wir werden uns gleich mal die Teams in Ruhe angucken. Da das Rennen aber eh mit einem Prolog beginnt, haben wir noch genug Zeit, uns die Fahrer und Teams anzuschauen. Wie ihr das Ganze selbst spielen könnt mit den Strecken, die ich gemacht habe, dazu findet ihr den Link in der Beschreibung zum Tutorial, wo ich das alles erklärt habe. Und das hier ist sie. Das ist die Deutschland-Tour mit 21 Etappen. Es wird komplett wild. Ich lade mal die Startlist und dann gucken wir, welches Team wir nehmen. Die einzelnen Etappen stelle ich euch noch vor. Und das sind also die Mannschaften, die hier alle mit dabei sind. Es ist ein bunt gemischter Haufen. So viel kann ich schon mal verraten. Es ist wirklich bunt gemischt. Zum Beispiel haben wir drei Mannschaften aus der World Tour dabei. Diese sind allerdings allsamt mit den ziemlich schwächsten Fahrern der jeweiligen Teams bestückt. Also das Astana-Kasachstan-Team zum Beispiel macht seinem Namen in dieser Version sogar mal alle Ehre. Denn bis auf Manuele Boaro sind tatsächlich nur die Kasachen aus dem Team dabei. Und davon natürlich auch nur die Schwächsten, weil wenn ich hier einen Alex Deluzenko hinschicke, dann ballert er hier alles weg. Also Evgeny Fedorov und Evgeny Giddich, die beiden Evgenys, werden die Kapitäne sein für diese Mannschaft. Dann haben wir aus Angola dabei die Mannschaft bei Sikasal, Petro de Luanda. Mit Charles Page heißt der Mann an der Spitze. Gorka Sorain wird auch mit dabei sein und der beste Mann aus Angola ist Bruno Araujo oder Araujo. Ich weiß gleich genau, wie der ausgesprochen wird. Wie gesagt, wir gehen noch auf die einzelnen Fahrer detaillierter ein, machen uns jetzt einen kurzen Überblick. Bora ist dabei, darf als deutsches Team natürlich nicht fehlen, aber ihr seht es auch abgespeckt. Mit einer sehr, sehr schwachen Mannschaft für Bora-Verhältnisse. Dann haben wir die Mannschaft Beikos, Belle, Daisy, Spor, Kulübü. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mit einigen bekannten Namen. Maximilian Steadman ist am Start, Nadnal Behane und auch Darwin Atapuma. Könnt ihr der eine oder andere kennen. Bike Aid ist am Start mit David Egemane. Dann haben wir Ringkopf, auch mit ein paar Deutschen. Jonas Rapp zum Beispiel an der Spitze. Miguel Heidemann und Tim Thornt-Heutenberg starten für Leopard. Dann haben wir Lotto Kernhaus. Natürlich das deutsche Conti-Team, wenn man so möchte. Seit Jahren dabei viele deutsche junge Talente rausgebracht. Die Manoia Pushbikers, brauche ich euch nicht vorstellen. Waren hier auf dem Kanal schon mal ein großes Thema. P und Espinotti. Für alle, die den Kanal Palli mit Ihnen noch nicht kennen. Große Empfehlung. Schaut da unbedingt mal rein. Der verfolgt dieses Team hier immer. Die natürlich mit den altbekannten Leuten. Ein Start geniales Peter und Tobias Nolde werden Kapitäne sein. Nämlich an Radnet Oswald mit dem Altstar. Mit Roger Kluge an der Spitze. Das wird spannend. Dann haben wir aus Thailand die Mannschaft Rujai Online Insurance mit dabei. Lukas Carstensen hat da mit Sicherheit Überzeugungsarbeit geliefert. Und er wird die Sprints für dieses Team bestreiten. Santik Vibatek unter anderem mit Leon Rode und Tim Wollenberg. Aber auch ein paar polnischen Stars aus der Mannschaft. Dann haben wir das Team Sauerland mit dabei. Mit Julian Boric. Stork Metropol unter anderem mit Toni Franz und Roman Duckert. Aber auch mit Maximilian Müller. Den könntet ihr noch kennen, weil er bei mir zu Gast schon mal war im PCM. Als Interviewpartner quasi. Das war sehr, sehr spannend. Schöne Grüße an der Stelle nochmal. Dann auch sehr... Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Sehr exotisch. Das Tashkent City Professional Cycling Team aus Ruzbekistan aus der Hauptstadt. Auch sehr spannend. Mal gucken. Eher ein Underdog Team, aber mal gucken, was die zeigen können. Ebenfalls aus der World Tour. DSM Firmenich mit Marco Brenner, Leon Heinzke und Niklas Merkel als deutsche Fahrer. Dann haben wir noch Felbermeier Simplon mit Riccardo Zeudel an der Spitze. Aus Malaysia das Terengano Team mit Mott Harif Saleh, Jambal Jams, Saimbaya und auch Yusuf Rigi gehört zum Aufgebot. Und Tirol KTM, das nächste österreichische Team mit Alexander Hayek, mit Marco Schrettl und einigen anderen. Vorarlberg mit Antoine Berlin und Oskar Cabello. Auch ein starkes Team, vor allen Dingen im Gebirge. Und dann noch aus Österreich WSA, KTM Graz. Unter anderem mit Adam Hansen, dem altbekannten Fahrer aus Lotto-Sidual-Zeiten. Das sind die Teams nach Stärke sortiert. Und wir werden ein deutsches nehmen. Und ich habe Bock, Bike Aid zu nehmen. Schöne Grüße an Vasi Gaming, der da auch immer am Start ist mit Bike Aid. Aber ich glaube, Bike Aid ist am interessantesten. Weil wir haben jemanden mit David Gemane, dem ich zutraue, dass wir hier um den Sieg mitfahren können. Wir haben mit Pirmin Eisenbarten einen soliden Sprinter. Vincent Dorn hat sich ja bei der letzten Deutschlandtour in WeLife ganz gut präsentiert. Erik Mohosa haben wir noch dabei. Aus Ruanda auch guter Bergfahrer. Und dann noch so ein paar, ja muss man ehrlich sagen, ein paar Füllerfahrer. Den einen oder anderen kenne ich tatsächlich noch. Park und Decker waren glaube ich auch Teil meines Teams bei der Conti-Karriere. Ansonsten, ja, nehmen wir diese Mannschaft. Wir nehmen Bike Aid und wir gehen direkt rein. Wir starten in Hanau in diese Rundfahrt. Und bevor wir richtig reingehen, zeige ich euch noch ganz kurz die Etappen in der Übersicht. Also wir gehen es schnell durch. Ein Prolog-Zeitfahren von 32 Kilometer Länge von Hanau nach Ronneburg. Da können wir gleich drüber reden, weil wir es ja starten werden. Dann geht die erste Etappe mit Massenstadt von Hanau nach Offenbach. Ja, es ist ungefähr eine ähnliche Strecke in der ähnlichen Region wie Eschborn-Frankfurt. Auch hier mit dem Feldberg. Aber wir werden nicht in Frankfurt zu Ende sein. Frankfurt ist nur ein Zwischensprint, ehe es dann ins benachbarte Offenbach geht. Weil ich dachte mir, why not? Über Offenbach spricht keiner. Und Offenbach ist immerhin die Stadt, aus der Haftbefehl kommt. Also eine signifikante Stadt in der deutschen Kulturszene. Muss man so sagen. So, let that sink in. Dann geht es in Nordhessen nach Kassel. Von dort aus fahren wir auf den Brocken in Sachsen-Anhalt. Als nächstes Hannover nach Magdeburg. Ist das so richtig rum? Starten wir nicht in Magdeburg und enden in Hannover? Scheinbar nicht. Okay. Dann starten wir in Rostock. Fahren nach Hamburg. Das wird Etappe 5 sein. Viel Wind ist hier zu erwarten. Genauso wie hier. Hier geht es von Hamburg nach Bremen. Und da weht eine steife Brise, sage ich euch. Besonders hier zwischen Bremer Förde und Bremer Hafen. Da weht ein richtig steiler Wind. 56 Kilometer. Dem Wind ausgesetzt, diese Zone. Etappe 7 dann von Oldenburg nach Osnabrück. Wird auch sehr spannend. Wir fahren von Münster nach Essen. Bei Etappe 8. Da werden wir viele Großstädte unterwegs mitnehmen. Wie Hagen zum Beispiel, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Mannschaftszeitfahren. Von Düsseldorf nach Köln. Etappe 10 startet in Bonn. In der ehemaligen Landeshauptstadt. Und führt dann nach Kaiserslautern auf den Betzenberg. Etappe 11. Vielleicht was für die Sprinter. Startet in Mannheim. Endet in Stuttgart. Ehe es dann wieder in die Berge geht. Etappe 12 startet in Tübingen und endet in St. Mergen bei Freiburg. Etappe 13 von Freiburg nach Willingen-Schwenning. Ihr seht, 3 Ohr-Kategorie-Berge. Mega, mega schwere Etappe. Und dann geht es von Ravensburg auf die Zugspitze. Auch das wird brutal schwer. Etappe 15 dann von München nach Straubing. Etappe 16 Regensburg-Würzburg. Und dann geht es bei Etappe 17 von Bamberg zur Sula-Hütte in Gelberg. Auch eine Bergankunft. Und die letzte Bergankunft dieser Rundfahrt. Dann geht es von Jena nach Chemnitz in Etappe 18. Etappe 19 Dresden-Leipzig. Viel Kopfsteinpflaster hier. Die guten alten ostdeutschen Straßen, die sehr, sehr ruppig sind. Und vorletzte Etappe, es geht von Halle nach Dessau. Ein Einzelzeitfahren, 47 Kilometer. Und dann die letzte Etappe von Potsdam nach Berlin zum Brandenburger Tor. Das ist die Rundfahrt. Und wir starten also mit der Mannschaft Bike Aid in dieses Rennen. Und ich bin super gespannt, wie es laufen wird. Let's go. Wir gehen sofort rein. Und wie gesagt, wir werden jetzt... ...im Zeitfahren noch genug Möglichkeiten haben, über diese erste Etappe zu reden. Über dieses Zeitfahren. Aber eben auch über die einzelnen Teams und Fahrer. Wie gesagt, mir war es wichtig, dass wir nicht die großen Namen hier hinschicken. Weil ganz ehrlich, es ist einfach super langweilig. Wenn ich jetzt hier die World Tour Teams, die Besten der Besten, hinschicke. Ja, dann werden wir halt sehen, wie Matthieu van der Poel, Wout van Aert, Wingelgaard und Pogacar das Ding dominieren. Oder auch in Evanepool. Halt die typischen Namen, die man sonst immer sieht. Und deshalb dachte ich mir, weißt du was? Wir pushen in erster Linie mal den deutschen Radsport. Auch so ein bisschen die Österreicher und Schweizer. Aber schauen, dass das alles so ein bisschen auf einem gehobenen Kontiniveau stattfindet. Sodass wir also hier auch viele unbekanntere Namen mit dabei haben. Und damit wären wir also hier in Hanau. Und Damir Sabirov, der Mann aus Taschkent, behaupte ich jetzt einfach mal, also aus Usbekistan zumindest kommt er, startet als erstes in diese Rundfahrt. Deutschland Tour 2023. Das ist das Rennen, in das wir starten. Dominik Weiß für das Team Sauerland jetzt unterwegs. Und als nächstes kommt Claudius Wetzel für das... Oh Gott, wie hießen die nochmal? Oh, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Das ist das Team Stork Metropol Cycling. Die ja hier auch Hanau auf dem Arsch stehen haben. Also Heimspiel heute. Heute und morgen. Das werden die Etappen sein, bei denen sie sehr, sehr motiviert sein werden. Denn das ist, wie gesagt, das Heimspiel. Es gibt vier Zeitnahmen. Zum einen in Hanau an der A66. Gibt es die erste Zwischenzeit. Dann in Bruchköbel, kleiner Nachbarort, wird die zweite Zwischenzeit genommen. Dann am Waldberg Richtung Ronneburg. Die größte Steigerung wahrscheinlich des heutigen Tages. Dritte Zwischenzeit, das wird auch wichtig. Und dann eben auf der Ronneburg. Die letzte Zeitnahme des heutigen Tages. Tim Wollenberg startet jetzt ins Rennen für Santik Vibatek. Und Zorzakis für die Mannschaft Rucca jetzt unterwegs. Also hier werden einige Teams und Fahrer zeigen können, was sie drauf haben. Philipp Weber für die Maloja Pushbikers zum Beispiel. Und jetzt auch Adrian Zuga, der erste Starter für unser Team, für Bike Aid. Das wird es hier mal nehmen. Wir hätten natürlich auch wieder die Maloja Pushbikers nehmen können. Denen treu bleiben können. Klar, hätte ich auch super gerne gemacht. Ich hätte prinzipiell gar kein Problem damit. Das Problem ist halt nur, und das fände ich ein bisschen lame. Die haben halt leider niemanden im Kader, der eine Chance hätte, hier um den Gesamtsieg mitzufahren. Wenn sie noch den Alexander Evans gehabt hätten, den wir auch in unserer Karriere damals hatten. Das wäre jemand gewesen, mit dem hätte man hier vielleicht vorne reinfahren können. Aber ja, wie gesagt, ist leider nicht mit dabei. Und eine Sache muss ich natürlich nochmal hervorheben. Das habe ich jetzt noch gar nicht so großartig thematisiert, nochmal am Rande gestriffen. Ich habe diese ganze Rundfahrt entwickelt. Also diese ganze Deutschland Grand Tour habe ich mit dem Editor gebastelt. Alle 21 Etappen sind von mir zusammengeschustert worden. Und es war eine irre Menge Arbeit. Also gerne mal einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt. Natürlich nicht nur heute, auch die nächsten Etappen. Alles von mir per Hand erstellt worden im Editor. Und dementsprechend auch die ganze Planung von der Strecke. Alles meine Idee. Mit Hilfe von Google Maps und so weiter. Habe ich geguckt, was sind realistische Streckenlängen. Habe natürlich versucht, ungefähr so ganz Deutschland mitzunehmen. Und ich glaube, es ist mir auch einigermaßen gut gelungen. Wir haben so alle Ecken mal mit dabei. Wir fahren durch den Osten. Wir fahren durch den Norden, den Süden, den Westen und so weiter. Und hier hat Jambayam, Seinbayar, der Mann aus der Mongolei, die Frechheit, uns zu überholen. Also, da fährt er gleich mal an uns vorbei. Terengganu auch mit dabei. Die Mannschaft aus Malaysien hier am Start. Dieser Deutschland-Grand-Tour. Der ersten Deutschland-Grand-Tour, die es jemals gab. Drei Wochen durch Deutschland. Das wird ein Abenteuer, Leute. So. Zuger jetzt hier durch den kleinen Waldweg. Erste Zwischenzeit, wie gesagt, Nähe der A66. Und da ist er momentan auf Rang 5. Ist nicht so schlecht unterwegs. Und auch hier Philipp Weber von den Pushbikers. Keine Chance gegen Seinbayar, der hier auch die schnellste Zwischenzeit gefahren ist. Also, das ist wirklich ein starker Auftritt hier von Seinbayar. Und jetzt kommt hier hinten Nick van der Leijke von Leopard. Eieiei, die starten hier direkt alle rein wie die Feuerwehr. Ich mache mal die Perspektive so ein bisschen so, glaube ich. Das ähnelt so ein bisschen der Perspektive von den Motorrädern beim Zeitfahren einfach. So, wir kommen jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit. Da sind wir auch schon mitten im Bruchköbel. Gibt es die nächste Abnahme. Da sind wir auch Fragen. 6, 4 Minuten 20. Hinter Seinbayar. Da merkt man also wieder, wie schnell der unterwegs war. Mein lieber Mann. Und ich finde es auch schön, wie hier die Strecke geschmückt wurde mit den ganzen deutschen Fahnen. Das ist sehr, sehr schön. Und das habe natürlich auch alles ich gemacht. Deswegen Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. So, van der Leijke fährt jetzt auch an uns vorbei. Das ist nicht so geil. Aber das Gute ist, Adrian Zuger ist zum Glück kein wichtiger Fahrer für uns. Von daher, ja, wenn der jetzt hier im Zeitfahren nicht performt, das können wir alles verschmerzen. Jetzt geht es den Waldberg hinauf. Dann seht ihr ihn auch mal. Und hier gibt es die nächste Zwischenzeit. Und da sind wir noch einen Ticken weiter. 5 Minuten 47 zurück. So, jetzt startet Palke. Der nächste Starter für unsere Mannschaft. Ich lasse ihn erstmal auf Autopiloten. Wir gucken weiter mit Adrian Zuger. Es geht jetzt den Waldberg hinab. Abfahrt noch 4 Kilometer bis ins Ziel. Und dann geht es hinauf zur Ronneburg. Der Anstieg. Das sind jetzt so kleine Gegensteigungen. Der richtige Anstieg, der kommt gleich noch. Da sind wir jetzt dann gleich drin im Schlussanstieg auf die Ronneburg oder hoch zur Ronneburg. Hier sieht man die Burg schon im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir im abgesperrten Bereich. Die letzten Meter für Adrian Zuger beim Prolog dieser Deutschlandtour. Und dann ist er im Ziel und ist auf Rang 16. 6 Minuten 32 hinter Maximilian Schmidbauer, dem bisherigen Führenden vom Team WSA-Katern. DSM haben wir dabei mit Rödenberg. Frederik Rödenberg aus Dänemark. Und dann haben wir Anton Palzer. Schon einer der Top-Favoriten vielleicht. Auf den Rundfahrtsieg. Das wird spannend zu beobachten sein. Wer da so die Fahrer sind, die überhaupt in Frage kommen für den Sieg. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich denke mal, Anton Palzer wird einer derer sein, die man beobachten muss. Bora Hansgrohe. Nicht ganz das überragende Team, das man vielleicht von ihm erwartet. Und er ist zumindest mal deutlich schneller als Schmidbauer. 1,35 schneller. Und eine Zeit von 42 Minuten und 58 Sekunden von Anton Palzer. Ja, wie gesagt, wir haben hier einige Fahrer dabei aus den World-Tour-Kategorien. Alle anderen allerdings aus der Conti-Liga. Also eigentlich kein Profiradsport. Auch hier diese türkische Mannschaft. Beikos mit den gelben Trikots. Messner haben wir hier von WSA. Dann Ritzinger von Felbermayer. Rutschei mit dem nächsten Starter. Bambang. Soriadi aus Indonesien. Rechenauer hier für Ringkopf. Dann Paul Rudis für die Pushbikers. Und dann haben wir hier also Palke, der für unser Team Bikehead unterwegs ist. Allerdings auch kein wichtiger Fahrer. Insofern habe ich den mal ignoriert. Josef Rikigi. Ja, den kennen wir alle. Algerischer Meister im Zeitfahren ist er. Sogar. Da haben wir hier Colin Stüssi. Auch einer, der im erweiterten Favoritenkreis zu nennen ist. Vorarlberg. Sein Team. Auch eine starke Mannschaft aus Österreich. Die wir beobachten werden. Nataroff von Astana. Ebenfalls ein interessanter Mann für die Gesamtwertung. Ja, und ihr seht schon. Hier ist Louis-Joe Lürs. Und dessen Bruder haben wir gerade eben schon gesehen. Vielleicht habt ihr das festgestellt. Hier ist er. Leslie Lürs, der für Lotto-Kernhaus fährt. Also auch das wird nochmal das interne Bruder-Duell während dieser Rundfahrt zwischen den beiden Lürs seien. Der eine fährt für das World2-Team Bora. Der andere für das Conti-Team Lotto-Kernhaus. Jan-Mark Temmen haben wir hier von dem Sauerland-Team. Dominik Röber von P&S Benotti. In den blau-blauen Trikots. Sehr, sehr coole Trikots, wie ich finde. So, dann gucken wir doch mal, wer hier noch alles startet. Schau mal, er geht jetzt von der Rampe. Dann der Meister im Zeitfahren aus Laos. Aria Punzawad. Ebenfalls Fahrer der Rujay Online Insurance Mannschaft. Hier ein Schweizer. Nämlich Matthias Reutimann für Felbermaier am Start. Und der nächste Starter für Ringkopf geht ins Rennen. Und das ist Timon Lodera. Ich glaube, der einzige Fahrer aus Deutschland in dieser Mannschaft. Christian Koch jetzt für Lotto-Kernhaus unterwegs. Und jetzt kommt Patrick Reisig und damit der letzte Starter von Mohosa. Also Patrick Reisig für die Maloia Pushbikers jetzt unterwegs. Und dann haben wir hier Erik Mohosa aus Ruanda. unseren nächsten Starter in diesem Zeitfahren. Und auf ihn bin ich gespannt. Denn er ist gar nicht mal so schlecht im Gebirge. Immerhin 68 sowohl am Berg als auch im Mittelgebirge als auch am Hügel. Lediglich so die sekundären Statistiken. Da stinkt er ein bisschen ab. Da hat er echt nicht so die guten Werte mit einer Ausdauer von 62, Zähigkeit 61. Oder auch die Regeneration von 56. Das ist alles nicht so die Welt. Also das geht natürlich deutlich besser. Übrigens der Fluss, den wir hier gerade gesehen haben. Das ist nicht der Main, wie man meinen könnte. Der fließt eigentlich eher so ein bisschen Hanau vorbei, könnte man meinen. Das ist die Kinzig, die hier mitten durch die Stadt fließt. Und zu dieser Strecke, die wir hier im Zeitfahren fahren, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Und zwar ist die Ronneburg und auch dieser ganze Weg, ja natürlich nicht mit Start in Hanau, aber zumindest Ronneburg, Waldberg und so weiter. Das ist dem nachempfunden, was früher in meinem Heimatverein die typische Trainingsrunde war, die wir immer gefahren sind in der Jugendmannschaft. Schon lange, lange her natürlich. Aber da sind wir früher immer unsere Runden gedreht. Ronneburg war immer gerne ein Punkt, wo man sich noch mal richtig ausbauen konnte am Berg. Das war immer schön. Und jetzt überholt hier Erik Moser, Patrick Reißig. Was für ein Moment. P16 aktuell für den Mann aus Ruanda. Und das sieht so aus, als wäre er sogar relativ schnell unterwegs. Hätte ich gar nicht so erwartet. Also relativ schnell. Ich meine, er hat 59 im Zeitfahren. Da wird nicht viel passieren. Und hier, Jeroen Meyers holt uns gleich auf den Boden der Tatsachen zurück. Überholt uns da mal easy. Der Mann aus der malaischen Terengano-Mannschaft. So, gleich kommt die Zeitabnahme in Bruchkirbel. Und da sind wir jetzt auch. P23, dort für Mohosa. Das ist ein Einsatz, der wir jetzt auch noch mal ein bisschen regulieren müssen. Der verpowert da ein bisschen zu viel Energie. Meyers können wir uns jetzt wieder ein bisschen zurückholen. Das ist gut. Und in der Zwischenzeit immer noch Anton Palzer. Auffang 1 vor Mats Wenzel und Felix Ritzinger. Bester Deutscher damit natürlich Anton Palzer. Ansonsten haben wir auf 8, auf 10 und jetzt auch auf 5 mit Timon Loderer, deutsche Fahrer. Da kommt Patrick Reißer auf einmal aus dem Nichts zurück. Hier am Waldberg. Da zeigt er seine Qualitäten. Ist ja ein ganz guter Panschör, dieser Patrick Reißer. Ja, jetzt also Platz 23 für Mohosa hier am Anstieg. Und gleich startet schon der nächste von BikeAid. Das ist gar nicht so einfach, das hier alles abzupassen. Matthais startet jetzt. Oliver Matthais, der nächste Fahrer aus unserem Team. Soll auch erst mal im Automodus losfahren. Der kann das ja auch ohne uns. Jetzt kommt hier Timton Holtenberg. Ebenfalls von der Mannschaft Leopard. Das wird ein Mann für die Sprinter sein. Fährt ja im Real Life bereits für Lidl Track. Hat also den Sprung zu einem Profiteam geschafft. So, und jetzt gucken wir nach Mohosa, dass da die Kraft auch richtig eingeteilt wird. Und das sieht gut aus. Also, Erik Mohosa, Platz 22 am Ende. 4 Minuten 24 hinter Timton Holtenberg. What? Neue Bestzeit von Timton Holtenberg. Das ist eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier so reinballern würde. Und hier Lorenzo Milesi von der Mannschaft DSM. Ist auch richtig stark unterwegs. Platz 3 bei der letzten Zwischenzeit. Also bei der dritten Zwischenzeit. Da schauen wir jetzt nochmal, wie es im Ziel aussehen wird. Überholt hier rück. Und könnte eventuell die neue Bestzeit schaffen. Ist ein bisschen unrealistisch. Aber Platz 2. 3 Sekunden hinter Timton Holtenberg. Also das ist richtig stark. Auch Gruzdev mit einer starken Zwischenzeit. P5 war das. Auch er zeigt sich stark. Und 4. ist am Ende. Lipovic kommt jetzt rein. Und der unterbietet die Zeit. Eine Minute schneller. Alt-Tim-Torn Teutenberg. Florian Lipovic von Bora Hansgrohe. Mit der schnellsten Zeit. 41,53. Hier haben wir Maximilian Müller. Auf ihn bin ich gespannt. Während dieser Rundfahrt. Und auch natürlich heute. Was kann er zeigen? Wie gut ist er drauf? Ist ja leider auch in seiner Mannschaft eher einer der schwächsten Fahrer. Von den Werten her. Joshua Hupperts Urgestein. Vom Team Lotto-Kernhaus haben wir gerade gesehen. Und jetzt ist Oliver Matthais bei der ersten Zwischenzeit angekommen. Platz 10. Aber ja, Muster ohne Wert, wenn man ehrlich ist. Denn der hat ja ganz schön überzogen auf den ersten Kilometern. Irwan Di Lakasek haben wir hier aus Malaysia. Tatsächlich einer der wenigen Fahrer aus Malaysia in diesem Team. Auch wenn es ein malaisches ist. Moritz Kreschi. Vielleicht Kapitän für die Gesamtwertung von Ratnett Oswald. Aber die Gesamtwertung wird da ein untergeordnetes Ziel sein. Denn Kreschi wahrscheinlich nicht in der Lage hier wirklich was auszurichten. Dafür gibt es zu viele andere Fahrer. Viktor Koretsky von Team Bora. Auch ein starker Fahrer. Vielleicht auch jemand für die Gesamtwertung. Wird man sehen. Dann haben wir hier Besodek Rakimbaev aus Usbekistan für das Tashkent-Team. Wie gesagt, auf die bin ich gespannt. Könnte sein, dass die eine komplette Statistenrolle haben. Und nur dadurch auffallen, dass ihre Fahrer gerade so ins Zeitlimit kommen. Oder vielleicht auch nicht ins Zeitlimit kommen. Mal schauen. Tobi Nolde haben wir hier. Einer der Kapitäne von P&S. José Manuel Gutierrez von der Mannschaft Bay aus Angola. Also es ist schon ein durchaus internationales Starterfeld. Wenig große Namen. Aber es ist auch okay. Denn dadurch ist es in meinen Augen sogar ein bisschen spannender. Als wenn man halt die üblichen Favoriten hätte, die man sowieso jedes Rennen sieht. Und so wissen wir gar nicht so recht, wie wir es einschätzen können. Die Strecken sind auch zum Teil wirklich brutal schwer. Ja, das wird ein sehr, sehr interessantes Rennen. Während jetzt hier Roy Efting-Bloom startet. Der Niederländer von der Mannschaft Maloja Pushbikers natürlich. Der auch schon gute Leistung gezeigt hat in diesem Dress. Matthias Meinberg übrigens für die Pushbikers. Mit einer starken Leistung. P2. 49 Sekunden hinter Lipovic. Damit ist er erstmal richtig weit vorne reingefahren. Auch Joshua Huppertz. Mit einem starken Zeitfahren. 2.15 hinter Lipovic. Aktuell Platz 10. Und jetzt gucken wir mal, was Pürbin Eisenbart hinkriegen kann. Der wahrscheinlich beste Sprinter unserer Mannschaft für diese Deutschland-Tour. Es wird wahrscheinlich schwer, in dieser Rundfahrt was zu reißen für unser Team. Moritz Kreschi. Uh, Ausrufezeichen. Platz 2. 32 Sekunden hinter Lipovic. Also vielleicht auch einer für die Gesamtwertung. Wer weiß. Also worauf ich gerade noch hinaus wollte. Es wird schwer, wahrscheinlich bei dieser Rundfahrt was zu reißen für unser Team. Ähm, Etappensiege sind natürlich ein Ziel. In der Gesamtwertung weit vorne reinfahren mit Germane ist ein Ziel. Aber man muss von Tag zu Tag gucken. Denn jeder Tag birgt hier seine eigenen Gefährlichkeiten. Und es ist wirklich keine normale Rundfahrt, wie man sie aus PCM kennt. Und das fängt ja hier schon an. Ich meine, aktuell hat der 20. 3 Minuten 32 Rückstand auf den 1. Und das bei Tag 1. Also das ist ja nicht normal. In dem Prolog-Zeitfahren hast du ja eigentlich immer nur ein paar Sekunden Abstand. Und hier werden schon richtig die Minuten abgerechnet. Hier haben wir Metgel Ayob aus Eritrea. Ebenfalls Terengano-Profi. Auch der ist vielleicht jemand für die Gesamtwertung. Jörn Knolle hier von Vorarlberg, Cedric Priest, Leopard, Vincent John oder Vincent John, ich weiß gar nicht genau. Also da kommen auf jeden Fall noch einige interessante Namen. Aktuell erstaunt der Dinge. Und dann kommt Florian Lipovic von Boransgrohe mit der schnellsten Zeit. 41,53 hat er gebraucht für diese Strecke. Moritz Kreschi auf Rang 2. Dann kommt Matthias Meilenberg von den Malheuer Pushbikers. Tim Thornt Heutenberg hat überrascht, finde ich, für einen Sprinter im Zeitfahren. Sehr, sehr ordentlich. Platz 4 momentan. Lorenzo Milesi auf Platz 5 von der Mannschaft DSM. Anton Palzer auf dem 6. Rang. Dimitri Krusteff, der beste Kasache von Astana, auf Rang 7 momentan. Mats Wenzel auf 8. 9. Ritzinger und 10. Juri Natarow, ebenfalls Astana-Profi. Und momentan merkt man noch nicht so ganz die Übermacht der World2Teams, muss man sagen. Also die sind schon gut dabei auf jeden Fall, aber jetzt noch nicht übermächtig. Und dann scrollen wir mal so langsam zurück. Ayob sehen wir hier, wie gesagt. Vincent John, bin ich auch gespannt. Auch auf ihn hier bin ich gespannt. Igor Chan, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht von Astana. Könnte auch ein interessanter Fahrer sein. Auch Jonas Ivers bei Wiedeberg. Jonas Koch ist mit dabei für Bora. Also das sind sehr, sehr interessante Fahrer, die hier zum Teil am Start stehen. Und wie gesagt, es ist halt ein bunt zusammengeberfülltes Feld. Insofern kann man gar nicht genau sagen, wer gehört zu den Starken, wer nicht. Und natürlich auch klar, wer heute viel Zeit verliert, ist nicht gesagt, dass der dann keine Chance mehr hat. Es sind auch so viele Etappen. Lukas Carstensen haben wir hier. Der wird heute keine krassen Arbeiten leisten. Der konzentriert sich auf die Sprints. Jakob Gessner, ebenfalls ein starker Mann für Lotto. Kernhaus, dann Liam Bertazzo von den Pushbikers. Und dann eben Vincent Dorn aus unserer Mannschaft. Auf ihn kann man auch gespannt sein. Mal schauen, was er zu leisten im Stande ist. Jörn Knolle von Vorarlberg, mittlerweile siebter in der Tageswertung, zumindest Stand jetzt. Und Igor Shashan, wie auch immer er heißt, von Astana auf Rang 9 aktuell drin. Immer noch Lipovitz mit der schnellsten Zeit. Und ich glaube, die wird auch Vincent Dorn nicht unterbieten können. Wer ist hier noch dabei? Jesse Eward. Boah, auch ein starker Fahrer aus Irland. Ebenfalls Terengganu-Profi. Dann haben wir den Ausreißerkönig, Mats Östergard, Kirstensen, ne Christensen heißt er, von Leopard. Und dann Oskar Cabedo, auch ein starker Bergfahrer von Vorarlberg. Der könnte auch richtig spannend werden im Hochgebirge, wenn es zur Zugspitze geht oder zur Sula-Hütte. Das kann alles richtig interessant werden. Und das wird es. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, ich habe hier eine echt gute Rundfahrt in diesem Editor zusammengeklöppelt. Und ich hoffe, dass da die Entwickler von PCM noch ein bisschen was dran machen. Weil dieser ganze Prozess, wie man diese Etappen erstellt und so weiter, das ist schon alles eine ziemliche Formelei. Und man könnte es, glaube ich, viel, viel nutzerfreundlicher machen. Und dann gäbe es auch viel, viel einfacher Rennen. Also man könnte so viel machen im PCM. Man müsste es nur wollen, fürchte ich, ne? Das ist so das Hauptproblem bei PCM. So, wir fahren jetzt den Waldberg hinauf mit Vincent Dorn, der das hier gut macht. Schön durch diese steile Rechtskurve. Und jetzt geht es auch schon etwas bergab. Zwischenzeit, Platz 24 für ihn. Und jetzt kommt eben dieses Schlussstück Richtung Ronneburg, wo man es richtig fliegen lassen kann. Die kleinen Gegensteigungen hier. Da drücken die trainierten Fahrer hier natürlich alle drüber wie sonst was. Das ist ja gar kein Problem. Und dann ist er gleich im Ziel an der Ronneburg. Letzter Kilometer jetzt für Vincent Dorn. Und dann, wie gesagt, ist er drin. Vollgas. Und dann ist es Platz 26. Drei Minuten 19 fehlen ihm am Ende. Leon Heinschka haben wir hier auch von DSM. Cesare Benedetti von Bora. Davin Atapuma, schon für BMC und UAE bei der Tour de France am Start gewesen. Adam Hansen, für ihn gilt das Gleiche. Auch der ist natürlich schon viele Grand Tours gefahren. Hatte ja diesen irrsinnigen Streak von, ich glaube, drei oder vier Jahren. Ich weiß gar nicht, wie oft hintereinander ist er alle Grand Tours gefahren. Der ist wirklich Giro Tour und World Time im selben Jahr gefahren. Im nächsten Jahr wieder dasselbe Programm. Im nächsten Jahr wieder dasselbe Programm. Ich weiß gar nicht genau, wie oft er das wiederholt hat. Aber ich glaube, ziemlich oft. So, Enzo Decker. Unser nächster Startner, unser vorletzter Starter. Der hat ein bisschen hier reingeschissen am Anfang des Rennens. Wenig Einsatz gehabt. Aber für ihn ist das heute auch ziemlich egal, was hier passiert. Dann haben wir Anatoli Budjak. Ukrainer, ebenfalls von Terengano. Auch ein guter Fahrer, was Anstiege angeht. Könnte nochmal interessant werden. Colin Heiderscheidt von Leopard. Pyramin Benz aus der Vorarlberg-Mannschaft. Und dann hier zum Beispiel auch ein interessanter Fahrer. Romain Combo von DSM. Auch ein guter Fahrer für Anstiege. Genauso wie Manuela Boaro für Astana. Shane Archbold von Bora eher ein Mann für die Sprinter. Also werden noch viele, viele interessante Etappen vor uns liegen. Und aktuell, ich möchte es nicht beschreien, aber aktuell scheint es so, als wären die Top Ten so ein bisschen zementiert. Da hat sich nichts mehr getan, seit wir das letzte Mal drauf geguckt haben. Christensen ist jetzt 9.11. Das ist neu. Aber 11. ist halt nicht Top Ten, muss man auch sagen. Haben wir hier Sergej Rostovcev. Russel von Beikos. Alexander Hayek von Tirol. Und dann Daniel Auer von der WSA KTM Graz-Mannschaft. Also da starten jetzt nochmal richtig großen Namen. Seht jetzt natürlich die ganzen Kapitäne. Adner van Engelen für Rujay. Der Mann fürs Gesamtklassement. Mal schauen, wie er sich zeigen wird. Riccardo Zeudel könnte man auch noch kennen von früheren Tagen. Ist ja für Trek gefahren, lange Zeit. Jonas Rapp, der Kapitän für die Ringkopf-Mannschaft. Auch spannend, was er zeigen kann. Genauso wie bei Pierre Pascal Kolb für Lotto Kernhaus. Dann haben wir Philipp Poufortin. Das ist zwar nominell der Kapitän, aber er wird eher für die Sprints eingesetzt werden. Das kann er gut, kann ich bezeugen. Und dann kommt unser Mann aus Eritrea. Ja, David Gemane. Sehr, sehr guter Bergfahrer. Und ich bin gespannt, was wir mit ihm hier bei dieser Deutschland-Tour zeigen können. Jetzt heißt es erstmal ein ordentliches, ein Erwachsenes-Zeitfahren hier auf die Strecke bringen. Es ist nicht seine Paradedisziplin. Aber natürlich die Zeit, so gut es geht, den Zeitverlust, so gut es geht, minimieren. Das ist das Ziel. Hinter uns startet Mott Harif Saleh, ein weiterer Fahrer aus Malaysia, guter Sprinter für die Terengano-Mannschaft. Dann kommt Miguel Heidemann, auch einer der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg. Und gerade heute beim Zeitfahren einer der Top-Favoriten. War ja schon Vize-Deutscher-Meister im Zeitfahren. Antoine Berlin, der Mann aus Monaco. Auch starker Starter für die Vorarlberg-Mannschaft. Und dann Roger Kluge, der erfahrene Seemann hier für Radnet-Oswald. Auch er ist jetzt unterwegs. Als nächstes Marco Brenner für DSM. Auf ihn bin ich auch sehr gespannt. In meinen Augen ist das ein einer der Top-Favoriten, wenn man sich die Werte anschaut. Also wirklich ganz, ganz interessanter Mann. Sehr, sehr jung noch. Aber der wird hier die DSM-Mannschaft anführen. Dann haben wir Yevgeny Fedorov für Astana als Kapitän. Vielleicht im Hochgebirge nicht ganz so talentiert, aber mal schauen, ob das ein Nachteil ist. Und dann Patrick Gamper von Bora, österreicher Zeitvermeister. Der startet jetzt also auch. Guter Allrounder auch, muss man sagen. Das könnte ihm bei dieser Rundfahrt entgegenkommen. Denn es wird ja wirklich alles Mögliche abgefragt bei diesem Rennen. Also nicht nur Bergfahren ist wichtig, nicht nur Zeitfahren ist wichtig. Sondern du musst wirklich alles können. Brauchst auch ein gutes Team. Das wird also spannend. Gemane, kann der alles? Ist die Frage. Erste Zwischenzeit sieht nicht ganz danach aus. Platz 47 mit 1,21 Rückstand. Das ist schon eine ganz schöne Menge, die ja da zurück ist. Und wir haben eine Veränderung in der Top 10. Ich glaube, Manuelo Boaro ist es von Astana, der da drin ist. Also 1,10 hinter Lipovic. Aber diese Zeit von Florian Lipovic, die hat wirklich Bestand. Und ja, Bestand einfach. Das ist keine schlechte Zeit gewesen. Aber wie bereits gesagt, es kommen noch einige dicke, dicke Fische, die hier in den Teich geworfen werden. Und dann bin ich mal gespannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lipovic Zeit noch fallen wird. Zweite Zwischenzeit jetzt für Gemane. 1,45 der Rückstand, Platz 56. Also konstant geblieben in der zweiten Zwischenzeit. Und jetzt ist es wichtig, hier im Flachen nicht zu setzen über Pace. Und dann am Anstieg, da traue ich Gemane alles zu. Da ist er einer der stärksten hier im Feld, würde ich mal behaupten. Aber das reine Zeitfahren, die Pace im Flachen zu halten, das ist eben einfach nicht seine Kerndisziplin. Und da geht es bei uns ganz klar nur um Schadensbegrenzung. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass wir mit ihm unbedingt diese Rundfahrt gewinnen können. Weil dafür sind die Zeitfahren einfach zu wichtig. Und hier so ein Miguel Heidemann zum Beispiel, der fliegt da nur so an uns vorbei. Weil das er einfach perfektioniert hat. Zumindest für die Verhältnisse dieses Starterfelds gesprochen. So. 68.423. Da haben wir nochmal richtig Zeit verloren. Auf den Rest. David Gemane. Und jetzt die letzten Meter. Also nochmal richtig alle Kräfte zusammennehmen. Und gucken, dass wir hier möglichst gut abschneiden. Auf den letzten Meter noch. Gelbe Balken ist jetzt ganz schön am Sterben. Aber wir geben alles. Jetzt nochmal kompletter Sprint ins Ziel. Und dann ist es am Ende Platz 56 mit 5 Minuten 14 hinter. Und das ist neu. Miguel Heidemann. Neue schnellste Zeit von Miguel Heidemann. 41.12. Seine Bestzeit. 40 Sekunden schneller als Florian Lipowitz. Und ich glaube, wir haben den Etappensieger damit gesehen. Kann mir nicht vorstellen, dass hier noch jemand... Marco Brenner könnte nochmal interessant werden. Marco Brenner, der ist noch richtig schnell unterwegs. Der Mann von DSM. Wie gesagt, sehr, sehr junger Fahrer. Ich glaube, der ist hier 20 in der Datenbank. Und kommt jetzt gleich ins Ziel mit... Mit keiner Bestzeit. 17 Sekunden langsamer als Heidemann. Also keine Bestzeit von Marco Brenner. Roger Kluge, der sah auch über lange Zeit sehr gut aus. Hat dann aber im bergigen Zeit viel verloren. Jetzt kommt Federer auf rein. Der sieht stark aus. Und der wird auf Platz 4 gerankt. Und während Kluge ganz, ganz weit hinten ist. Und der Letzte, der es jetzt noch schaffen könnte in der Theorie, ist Patrick Gamper von Bora Hansgrohe. Aber seine Zwischenzeiten lassen nicht gerade den Schluss übrig, dass er das hier schafft. Aber mal schauen. Da kann sich noch einiges ändern hier. Gucken wir mal, wo Patrick Gamper landet. Jetzt kommt er ins Ziel. Und das ist Platz 22 am Ende. Für den österreichischen Zeitvermeister. Und damit haben wir einen Etappensieger. Miegel Heidemann von Leopard gewinnt die erste Etappe. Das Prolog-Zeitfahren der Deutschland Grand Tour von Marco Brenner und Florian Lipovic. Yevgeny Federov, starker Vierter, Moritz Kreschi auf 5. Matthias Meinberg auf 6. Dann Teutenberg, Milesi, Palzer und Boaro. Das sind die Top 10. Die World Tour Teams zeigen sich auf jeden Fall. DSM mit 2 Fahrern. Bocham mit 2 Fahrern. Und auch Astana mit 2 Fahrern in den Top 10. Aber sie sind nicht so dominant, wie man es vielleicht erwarten könnte. Und was auch positiv hervorzuheben ist, 3 Deutsche unter den Top 3. Das ist doch auch wirklich, wirklich stark, dass hier die Deutschen so gut abschneiden. Auch 6 Fahrer unter den Top 10. Sehr, sehr schön. Und Leopard führt in der Teamwertung. Ja, und unsere Fahrer, die waren heute auch dabei, kann man sagen. Aber sind dann doch weit weg gewesen. Also, Miguel Heidemann, Glückwunsch zum Etappensieg. Damit natürlich auch gelbes Trikot für den Mann aus Rheinland-Pfalz. Marco Brennert, 20 Jahre jung. Hier seht ihr es. Sehr, sehr starker Fahrer. Also, auf ihn bin ich sehr gespannt. Florian Lipovic hat auch sich heute gezeigt. Hat gezeigt, dass die Form stimmt. Auf ihn können wir zählen. Evgeny Federov. Ebenfalls super starkes Zeitfahren. Alle noch innerhalb von einer Minute. Moritz Kreschi ist der Erste, der über halb einer Minute Abstand ist. Aber auch von ihm super starke Leistung. Dann der Mann von Pushbikers, Matthias Meinberg. Ja, der ist ein Zeitfahrspezialist. Also, das wird keiner sein für die Gesamtwertung. Teutenberg mit einer super Leistung. Milesi mit einer guten Leistung. Und auch Palza hat sich heute keine Blöße gegeben. Jörn Knolle von Vorarlberg knapp die Top 10 verpasst. Und dann hier noch weitere Fahrer von Astana. Und, und, und. So, wir scrollen gerade mal ein bisschen nach hinten. Schauen wir mal, wo unsere nächsten Leute kommen. Und der Beste war tatsächlich Vincent Dorn. Platz 40 am Ende mit 4 Minuten Abstand. Dann haben wir Oliver Matthais mit 4 Minuten 11. 43. Und dann David Gemane. 5 Minuten 14. Verliert er auf Michael Heidemann. Das ist natürlich schon mal ein ordentliches Brett, was wir hier an den Kopf geknallt bekommen. Also, viele, viele Fahrer von unserem Team. Schon mal gleich mit richtig viel Abstand. Und, was auch auffällt, finde ich krass. Taschkent. Gar nicht mal die schlechteste Mannschaft hier unbedingt. Letzter ist geworden. Arthasorn, Panzerhardt aus Thailand. Junger Thailänder. 13 Minuten 12 hat er hier verloren. Das sind natürlich, boah, das sind natürlich heftige Zeiten. Ja, das ist hier der Vergleich unserer eigenen Fahrer. Auch ganz interessant. Dann würde ich noch mal ganz kurz die Teams untereinander schauen. Also, Astana mit einer super Leistung. Mega viele Fahrer vorne platziert. Da vorbei war es ein ziemlicher Ausfall. Bohrer auch sehr stark unterwegs gewesen. Bikos, da war auch nicht viel zu holen heute. Bei uns ebenfalls nicht so wirklich. Ringkorf, naja, so halbwegs gut unterwegs gewesen. Starker Start für Leopard auf jeden Fall. Mit zwei Fahrern in den Top 10. Auch die Pushbikers mit einem ordentlichen Resultat hier durch Meilenberg. Cresci, Ausrufezeichen für Radnet auf jeden Fall. Das hat er gut gemacht. Auch Rujai mit einem Fahrer unter den Top 20. Das ist auch sehr, sehr ordentlich. DSM, starke Leistung. Aber das erwartet man natürlich auch von einem Virtual Team. Und ansonsten ist das Ganze hier doch ziemlich interessant ausgegangen, wie ich finde. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Etappe. Das wird die erste Etappe dann mit Massenstart sein. Denn es ist die Etappe von Hanau nach Offenbach. Es wird spannend. Es wird, ich weiß nicht, vielleicht was für Sprinter, vielleicht was für Puncheure, vielleicht auch was für Bergfahrer. Der Feldberg wird halt der große Schafsrichter sein. Und dann schauen wir doch mal, was in der nächsten Etappe so alles auf uns wartet. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, sagt euer Frittenfrisör. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020